Guten Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Kai-Ul Martin, ich leite das Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung hier an der Universität Ulm. Wir besprechen heute im Rahmen des Moduls Finanzielles Management, das Teilmodul Systeme der Kostenrechnung, Investitionsrechen, Verfahren, externes Rechnungswesen, Virtues und Acquisitions. Kurz zum Inhalt unserer Vorlesung heute. Sie sehen acht Gliederungspunkte und wenn Sie ab dem Teil 2 schauen, dann taucht immer wieder der Begriff Kostenrechnung auf. Damit steht das Gebiet der Kostenrechnung heute auch im Vordergrund. Aber bevor wir uns dann im Näheren mit Kostenrechnung beschäftigen, werde ich Ihnen die Rechnungswesenssysteme eines Unternehmens darstellen und Ihnen dann einordnen, wo wir hier die Kostenrechnung finden. Ich kann Ihnen auch ankündigen schon, dass wir nach einer eher theoretischen Einführung ungefähr ab dem Teil 4, 5 dann auch mit praktischen Rechenbeispielen das Ganze unterlegen werden, sodass Sie dann am Ende ein Kostenrechnungswissen haben, das Ihnen dann auch für die betriebliche Entscheidungsfindung nützen wird. Wenn wir über Investitionsrechnungen in der Betriebswirtschaftslehre sprechen, dann sprechen wir letztendlich über die Frage, ob ein bestimmtes Projekt, das zur Entscheidung ansteht, tatsächlich auch ausgeführt werden soll. Das sind Fragestellungen, wie Sie in jedem Unternehmen jeden Tag, auch in jeder Branche, in jeder Größenordnung zu treffen sind. Und was wichtig ist zu erkennen, es sind Entscheidungen, die für die Zukunft zu treffen sind. Wenn wir über die Zukunft eines Projektes sprechen, dann liegt es auf der Hand, dass wir über kein sicheres Datenmaterial verfügen. Das heißt, wir treffen Entscheidungen unter Unsicherheit. Trotzdem werden Zahlen und Daten und Angaben für diese Projektbetrachtung gemacht, als ob wir diese Entscheidung unter Sicherheit treffen könnten. Die Gliederung dieses Moduls können Sie diesen sieben Kapiteln entnehmen. Wir wollen natürlich zuerst uns mit Definitionen und Funktionen des externen Rechnungswesens beschäftigen, wollen uns dann die rechtlichen Grundlagen dieses Fachgebietes näher anschauen. Sie werden sehen im dritten Kapitel, dass bestimmte Rechengrößen im Rechnungswesen eine große Rolle spielen und anschließend werden wir uns dann im Wesentlichen der Bilanz und der Geben- und Verlustrechnung und des dort ausgewiesenen Eigenkapitals in den Kapiteln 4 und 5 näher zuwenden. Im großen Raum wird auch die Bewertung von sogenannten Aktiva, das sind die Vermögensposten, und Passiva, das sind die sogenannten Schuldpositionen des Unternehmens einnehmen und abschließend dann zu diesem Teilmodul werden wir dann noch einige Ausführungen zum Thema Umsatzsteuer machen und dann, glaube ich, haben Sie einiges über das externe Rechnungswesen erfahren. Wir haben eine Prozektierung, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Zunächst möchte ich Ihnen einen Überblick geben über den sogenannten M&E-Prozess. Danach möchte ich Ihnen die wichtigsten Verfahren der Unternehmensbewertung vorstellen. Diese unterteilen sich in das Substanzwertverfahren, in das Multiple-Verfahren und das sogenannte DCF-Verfahren. der Unternehmensbewertung Vielen Dank.